Willkommen bei OptiStore. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ganz einfach Konturen auf Ihrer Einlage verplanen können. Los geht's! Grundsätzlich gibt es dafür drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das Hinzufügen von Standardkonturen. Dazu können Sie in dem rechten Bereich hier auswählen, welche Form Sie hinzufügen möchten. Wir unterscheiden dabei zwischen Konturen und Griffleisten. Konturen werden in grün und Griffleisten in blau angezeigt. Wählen Sie also einfach die entsprechende Form aus, in meinem Fall jetzt ein Kreis, und zeichnen Sie diesen in der gewünschten Größe auf dem Bildschirm. Die Größe des Objekts kann dann ganz einfach am Objekt direkt definiert werden. Einfach anklicken und beim Kreis den Durchmesser ändern. Zusätzlich kann an dieser Stelle auch die Tiefe der Kontur geändert werden. Bei der Tiefe immer darauf achten, wie tief ist das Standardmaterial. In unserem Fall sind wir bei 30 Millimetern. Also kann ich maximal auf 29 Millimeter Tiefe gehen. Ich wähle jetzt hier 25 Millimeter. Bei der Planung werden Sie unterstützt von unserer Live-Kollisionserkennung. Wenn die Konturen zu nah aneinander oder übereinander liegen, werden diese rot eingefärbt und können so nicht produziert werden. Eine weitere Hilfe sind unsere Griffe. Griffe haben die Eigenschaft, dass sie auch über anderen Konturen gelegt werden können. Beispielsweise der Langlochgriff. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Objekt in dieser Ausfräsung drinnen und möchten dieses dann komplett versenkt und möchten dieses dann später wieder rausnehmen. Dazu benötigen Sie Griffleisten, welche Sie über die Ausfräsungen drüber legen können. Auch hier verhält es sich so, dass Sie die Tiefe am Objekt direkt einstellen können. Zwei zusätzliche Planungsfunktionen in OptiStore können das Planen von Einlagen ebenfalls erleichtern. Zum einen gibt es die Duplizieren-Funktion im Rechtsklickmenü. Wenn Sie ein Objekt haben, dieses Markieren, per Rechtsklick ins Kontextmenü wechseln und auf Duplizieren klicken, können Sie auswählen, wie oft Sie diese Form in welche Richtung und in welchem Abstand duplizieren möchten. Ich wähle hier 80 Millimeter und möchte das Objekt vier Mal nach rechts duplizieren. Wenn ich das gleiche Objekt dann auch noch nach unten vervielfältigen möchte, einfach alle vier Objekte markiert lassen, noch einmal duplizieren, in gleichem Abstand nach unten kopieren. So kann man sehr einfach einzelne Objekte duplizieren und vervielfältigen. Neben den Standardkonturen an dieser Stelle gibt es eine weitere Möglichkeit Konturen auf die Einlage hinzuzufügen. Dazu wechseln Sie auf den Tab Werkzeuge im rechten Bereich. Hier haben Sie Zugriff auf tausende Werkzeuge, welche wir für Sie vorab digitalisiert haben. Sie müssen hier ganz einfach nur nach der Artikelnummer bzw. nach der Herstellernummer suchen oder können ganz einfach auch einen Markennamen eingeben. Dann das Werkzeug auswählen, per Drag & Drop oder Doppelklick auf die Einlage einfügen und an die richtige Stelle ziehen. Sämtliche Werkzeuge können hier auch direkt bei Optistore mitbestellt werden. Dazu einfach im Editor bei dem Werkzeug das Häkchen setzen. Für den Fall, dass Sie das Werkzeug bei uns in der Datenbank nicht finden können, können Sie auch ganz einfach ein Foto von dem Werkzeug bei Ihnen erstellen und in unsere Software importieren. Dazu benötigen Sie nur unsere Papierscanvorlagen oder einen Lichtkoffer von uns, welchen Sie bei Ihrem Vertriebspartner anfordern können und das Werkzeug, das importiert werden soll. Das Werkzeug dann einfach auf der Scaneinlage platzieren, mit gutem Abstand ein Foto davon erstellen und das Foto am PC abspeichern. Dieses Foto kann dann ganz einfach über den Menüpunkt mehr und importieren ausgewählt werden und in Optistore Web importiert werden. Beim Import erkennt Optistore die Konturen und bietet dann auch die Möglichkeit an, dass diese noch individuell verfeinert werden können. An dieser Stelle ist immer wichtig zu erwähnen, dass wir unsere Einlagen mit einem Millimeter Offset bei importierten Konturen herstellen. Das heißt, Sie müssen hier nicht allzu genau die Punkte setzen, sondern in den allermeisten Fällen reicht die automatische Bilderkennung der Software aus und es muss nichts im Nachgang kontrolliert und korrigiert werden. Das ist der einfache Vorgang, wenn individuelle Werkzeuge in Optistore Web importiert werden müssen. will icharia, wenn das entwickelt wird, müssen wir kurz auf die und die Klageunung der Oi, dass wir nicht alle zwei, drei, zwei, drei, 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 einigen die Arbeit geantwortet werden müssen. Masit sich dort Die Hacksparen und die Träuner werden